Hey, Kinders, willkommen zurück zu Cuphead. Wir wollten uns ja an dieser Bäckerei machen und das machen wir auch direkt. Juggal and Shimmy. Regular. Pff. Lächer. Lich. Machen wir die alten Mordout. Wuh. Pac-Man, geh weg. Pac-Man, was hast du da für einen kleinen blauen Freund? Warum kann ich hier nicht... Okay. Fog ein Riesel, da? Ah, okay, okay. Ha! Pff. Ossie. This is so ossie. Lalalala. Oh, wie ungeschickt von mir. Die sind nice. Die sind diese Jawbreaker. Die sind richtig cool. Kann ich die vielleicht parryen? Hallo. Okay. Alter Verwalter, nicht schlecht. Not bad, specially. Also die Karte oder... Es ist schon irgendwie Mittel... Fuck. Ich bin leicht überfordert. Okay, ich... Das ist irgendwie hardcore, dude. Hier. Nimm erstmal das. Aber er kommt ja gar nicht zu mir. Hey! Wie so gut. Was machst du mit meinem Scheiß? Das ist doch Acro-Sorcus-Hiepfel. Bleib stehen. Er kommt runter. Er bleibt echt stehen. Nein. Ich springe auch noch. Ha! Boah, boah, boah. Okay, aber... Es ist nicht so arg schwer, aber es ist kein richtiges Pattern, jetzt am Anfang zumindest hier für mich zu erkennen. Okay. Wer kommt zuerst? Du. Mambo-Jambo. Oh, ich setze sich zu mir. Aber er schießt trotzdem in die falsche Richtung. Kann ich einfach stehen bleiben? Das sah vorhin so aus. Okay, sehr leicht, der Gegner, der hier. Komm, Alter, reg dich auf. Kann ich dir vielleicht damit den Digosch geben? Nee, kann ich nicht. Shit. Voll den... Okay, ich bleib einfach auf dem Boden. Es ist so ein bisschen wie der Ball. Nur, dass er deutlich schwächer ist als der Ball, oder? Was würdet ihr sagen? Habe ich gerade mein Zeug nach unten verschossen? Ja, habe ich. Shit, dumm, dumm, dumm. Oh, er ist schon down? Guck doch nicht so, Gisela. Hallo? Schick mal was Gescheites raus. Oh, shit, ich schicke ihn. Den Kronprinzen der Widerlichkeit. Nein! Hat er den ausgeschissen gerade? Sind das seine Kinder? Was ist denn das? Jetzt schießt ihr mit einer Schrotfinder auf mich. Where are we? Are we in a shooting game or what? Doh. How can't this even be... Mano. For me, a sweet tooth. It's friendly and cute. Okay. Ich habe mich übrigens, wie ihr vielleicht sehen könnt, etwas nach rechts platziert. Also die Playlist. Nicht die Playlist aus Lavadir. Die Facecam. Und habe was Grünes angezogen. Damit ich mit Absicht ein bisschen gekillt werde. Da könnt ihr nämlich das Laugh sehen. Und die Karten. Ne, ha, ha. Whoop. Wer kommt jetzt so lang? Okay, Mr. Waffle. Waffle House. Concentration, concentration. Ha, 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 ha. Mr. Waffle. Easy, man. Ich weiß nicht, welcher... Oh, fuck. Ich weiß nicht, ob irgendein Gegner leichter ist als du. Waffle. König. Nein, er kommt mit seinen kleinen Vasallen da angerannt. Das zählt einfach nicht. Ich habe jetzt schon zweimal Damage bekommen von seinen Miniviechern. So, down. Shit. Geh nach oben. Geh nach oben. Geh nach oben. Nein, ich wollte springen. Ich wollte springen, springen, springen. Jetzt schießt sie ja wieder ihre Fürze. Super. This butt is crazy. Here it goes. Ah, okay. Humpty Die, kommt zuerst. Ich hätte nicht springen sollen. Das hätte auch ins Auge gehen können. Ich habe an den leichtesten Gegnern live verloren. Steh ab, Waffle. Waffle. Hey. What the fuck? Hey. Humpty Die, komm her. Ich muss hier vorne weg. Die Kleinen sind einfach zu grepelig. Ich konnte sie eben hitten. Sie war einfach da. Auch gut zu wissen. Da ist sie, da ist sie, da ist sie. Nein, ich dachte, ich hätte meine BOMB. Attacke. Ihr lieben Leute habt mir gesagt, ich soll diese Smoke Bombe kaufen. Smoke Bombe, you will not take damage during a dash. A great defense. Minil. Gut, ist gekauft. Auf ein neues, aber diesmal mit Smelt Bombe. You're a fucking idiot. Smoke Bombe. Ach so, jetzt. Sorry, sorry, sorry. Geil, come on. Woop. Hoppa. Oh, das ist cool, das ist cool. Ich muss es nur gescheit nutzen. Ich kann mich jetzt durch die Leute durchporten, praktisch. Guck, Achtung. Wooppa. In der ersten Runde kommen nie diese Kleinen. Ich hätte am liebsten in der ersten Runde dann einen ganz schweren Gegner. Und nicht hier den ultraleichten Zachary von Kekhausen. Ich muss schon hier vorne weg, ja. Shit. Dieses kleine Scheißvieh. Hat mehr Life gekostet. Gut, er ist down. Ein HP. Sehr wenig. Sehr wenig. Das Gute ist, dass ich jetzt nicht so extrem hoch springen muss, um durch jemanden durchzukommen. Oh, das erste Mal, dass wir ihn platt gemacht haben. Aber wir haben zwei Life dabei verloren. Hier. Okay. Okay. Ja, okay. Kann ich mich aus dem Stand nach oben verziehen? Nee, geht nicht. Oh, nein. Ich fliege in so ein grünes kleines Kackviech rein. Ah! Diese kleinen Viecher kosten mich jedes Mal mein Leben. Wenn die nicht wären, wäre ich hier schon längst durch. Ohne Witz. Na, also, er ist schon mal weg. Okay. Sie regt sich auf. Er hier stellt sich jetzt als doch... Guckt euch das an! Stellt sich doch als ziemlich schwer heraus, weil... Ah. Wegen diesen kleinen. Gut, okay. Dieses Scheißviecher! Komm schon, bitte direkt jetzt der Kacknasensalatkönig. Ja, der ist auch nicht schlecht. Nein! Jetzt hat mich ihr Schießgewehr, hätte ich fast gesagt. Mich hat ihr Schießgewehr getroffen! So, hier. Nein! Sie geht! Sie geht! Einfach, bevor ich treffe! Das ist 10-Gang. Sie ist da oben! Ja! Hallo! Ähm! Oh, nein! Ich bin in dieses scheiß Ding reingelaufen So, ein HP wieder Ich hab's mal wieder geschafft Und bin hier mit einem verschissenen HP Nein Ja, hier wäre es wirklich sinnvoll, das Ding zu haben Das automatisch für mich zielt An der Stelle Ach du Sie hat noch einen Ball Das ist schon nicht schlecht, ich kann überall hinhüpfen und rumlaufen Und Treff durchgehen Nur ist es halt viel schwächer Wow, das ist echt krass Das ist echt krass Okay, ich hab ein Ultra Wow, bei Heber weich ist nicht diese Bombe Ach komm Ja, nimm dein blödes Schloss Nimm's Heber Scheiße, sie trifft mich echt voll Aber vielleicht kann ich so irgendwie Ihren verkackten Köpfen ausweichen Weil, weiss Nein Kann ich die Köpfe irgendwie zerstören? Ne, ne Wisst ihr, was das Scheiße ist an den verkackten Köpfen? Die fliegen so Oh Gott, war der noch da? Die Köpfe fliegen In unterschiedlichen Rhythmen Ja, wenn du denkst Okay, gut Er hält kurz an Und jetzt greift er wieder an Diese Zeiten sind einfach unterschiedlich Das ist eine Schweinerei Das ist echt schwer Ich hab noch drei live Jetzt kommt der dritte Gegner Danach ist sie mit ihrem Ding unterwegs Das ist doch Wahnsinn, ey Hast du gesehen? Der Kopf hat eben nicht diese Pause gemacht Was ist denn das für eine Ultramar? Hab ich so grüne Dinger? Was machen die? Nichts machen die Ich dachte, vielleicht safen die mich So, Aufnahmezeit 50 Minuten Komm her, Snatch Nein Nein, nein, nein Ich hab den Knopf einfach nicht drücken können Zu dumm War zu dumm, um den Knopf zu drücken Okay, Achtung Jawohl Dieser Ball versteckt sich im Ball drin In dem anderen Was passiert? Wie nah darf ich an sie drankommen? Ich hab keine Ahnung Oh mein Gott Ich komm gar nicht näher an sie dran Nein Ja, was? Oh Gott, ich fass es nicht Es hat jetzt 58 Minuten gedauert Diese Aufnahme Ich bin mit einem C plus sehr zufrieden Ach du Scheiße Sehr schön Das hatte ich heute auch vor Was geht hier ab? Ach guck mal Ich hab keine Ahnung Wahrscheinlich Ah Also Sie sagt damit Dass hier eine Abkürzung ist Und sie ist bestimmt hier drin Nicht Wo ist die Abkürzung? Glück mich schneller Dam Bam Komm, ich würde sagen Als nächstes kommt die Achterbahn dran In der nächsten Folge Vielen Dank fürs Tuti, Matsko Bis zum nächsten Mal Tschau Au